Hallo zusammen, mein Name ist Gülkan Gül vom WeCon-Netzwerk Bremen Oldenburg. Wir sind heute im Schuppen 1 beim Joachim von der Firma Mietklassica. Wir haben heute unsere zweite Welcome-Tour mit unseren WeCon-Netzwerk-Mitgliedern. Mein persönliches Highlight ist natürlich die Autos. Diese Autos, das sind dann Erinnerungen an der Jugendzeit, wo man dann selber mit solchen richtigen Autos noch fahren durften. Wir hatten einen großen Strick mit den Mettern. Das war eigentlich das Schönste, dass, als wir losgefahren sind, die Sonne rauskam. Ich glaube, WeCon ist das größte Zwerg der Zukunft. Man trifft sich, man hat Spaß zusammen, man lernt neue Leute kennen. Das ist eigentlich die Top-Sache. Es ist ein schönes, lockeres, entspanntes Beieinander sein und gutes Austaufen. Ich hoffe viel Spaß, neue Menschen kennenzulernen und natürlich auch etwas Geschäft gehört dazu.